Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 24. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1338, heute mit den folgenden Themen. Epic, Open AI, Huawei, 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 Acara und Verified Haken. Ja, ich habe keinen Sprung in der Platte, es ist dreimal Huawei, genau gesagt viermal Huawei mit dabei. Aber wie eins nach dem anderen. Heute ein paar Stunden Verspätung, aber die Episode kommt und das ist die Hauptsache, hoffe ich doch für euch. Was hat der Epic-CEO Tim Sweeney wieder vor? Er wettert wieder mal. Und gegen wen wettert er? Ja, natürlich gegen Apple. Aber es geht nicht um den App Store oder doch um den App Store. Warum denn? Ja, gegen den App Store klagt ihr ja schon, da kennen wir die ganzen Geschichten. Nein, es geht ihm um das Metaverse. Anscheinend soll Apple das Metaverse verhindern und vor allem werden sie es ausquetschen. Also entweder verhindern sie es oder quetschen sie es aus. Aber er hat schon mal Geschichten für beide Versionen an Lager und posaunt die laut raus. Er sagt, Apple sei die Plattform, die Metaverse wahrscheinlich anbieten werde, aber da auf ein geschlossenes System setzen wird. Und das sei bös, weil sie dann da wieder einen eigenen App Store machen und dann da wieder eigene Regeln durchprügeln. Ja, Herr Sweeney, wie schaut es mit anderen Metaverses aus? Welche sind da offen? Ähm, Facebook, genau. Ach nee, Mist, auch das irgendwie geschlossen. Und einen App Store haben die, genau. Aber ach nee, Mist, die verlangen ja Geld. Wie viel wollen die? 50 Prozent? Ja, das ist ein bisschen mehr als 30, respektiv die 15 Prozent nach einem Jahr, die Apple verlangen. Aber die sind natürlich nicht böse, der Herr Zuckerberg. Na dann, wir werden sehen, wie das weitergeht. Und ob es und wie es überhaupt ein Metaverse, wenn es denn dann so heisst, von Apple geben wird. Neuigkeiten zu OpenAI. Dem ChatGPT unterstützt neue Plugins. Was soll das heissen? Es gibt Dienste, die man mit in- und anbinden kann, um einfacher Daten abzugreifen und dann auch abzubilden. Zum Beispiel eine Anfrage an Wolfram Alpha. Ihr kennt sie vielleicht, die grosse Datenbank mit viel Wissen. Die bekommt ein Plugin. Wer ist da noch mit dabei? Instacart. Wir haben Fiskalnote, Expedia, Kayak, Klarna, Milo, OpenTable, Spotify, Slack, Speak und Zafir. Das heisst, ich kann nächstens einen Tisch bestellen über ChatGPT in einem Restaurant meiner Wahl. Ich kann vielleicht irgendwie online shoppen gehen. Ich bin mal sehr gespannt, wie gut das Ganze funktionieren wird und wie getreu das dann abgebildet wird. Weil aktuell immer noch sehr teilweise zweifelhafte Dinge rauskommen bei diesem ChatGPT. Dann kommen wir zu Huawei. Die hatten gestern eine grosse Vorstellungsserie. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es in einer der letzten Daily-Episoden erwähnt habe. Huawei hatte die Vorstellung vom P60 auf den 23. März geplant. Und das haben sie auch vorgestellt. Das P60 kommt in verschiedenen Ausführungen. Daher sind alle grundlegend relativ gleich. Das einzige ist, dass das ehemalige Porsche Edition, also das teuerste Modell, was jeweils über 1300 Währungseinheiten war, wird jetzt abgelöst durch die Art-Serie, also das Huawei P60 Art. Das kostet auch, dann ist es schwierig zu berechnen, weil es gibt noch keine europäischen Preise. Einfach direkt umgerechnet vom One mit 1209 Franken wären die 512 Gigabyte Varianten und 1480 Franken die 1 Terabyte Variante. Was ist jetzt aber an diesem Telefon speziell? Der Buckel mit den Linsen drin für die Kamera ist anders als gewohnt. Hat ein bisschen was, wie sie in ihr, ach was war das, das Huawei 10, Nova 10 oder wie es hiess, geht ein bisschen in die Richtung, hat aber natürlich deutlich grössere Kameralinsen mit verbaut. Der grosse Unterschied zwischen dem normalen, also dem P60 und dem P60 Pro, sowie eben der Art-Version ist, was mit drin ist. Bei der Art-Version ist noch ein bisschen ein besseres Kameramodul mit drin. Es hat bis zu 1 Terabyte Speichermöglichkeit und es ist ein bisschen mehr Akku, 5100 statt 4815 mit drin. Geladen wird es mit schnellen 88 Watt und 50, wenn ihr das Ganze überkabellos macht. Und ja, ein stimmiges Gerät, vor allem eines, das mich sehr neugierig macht und ich hoffe, es kommt auch in die Schweiz. Aber das hoffe ich auch bei den anderen Produkten. So hat Huawei zum Beispiel auch eine neue Huawei Watch vorgestellt. Die grosse neue Watch, die sie haben, die hat einiges in sich. Ich möchte da nicht allzu stark ins Detail gehen. Titan haben wir schon im letzten Mal. Aber was ich anschauen möchte mit euch ist, neben dem grossen Display, 48 Zoll, äh genau, 48 Millimeter, soll es auch eine Satellitenkommunikation intus haben. Und zwar nicht nur eine Einweg-, sondern eine duale Kommunikation. Also du kannst SMS rein- und rausschicken, also auch was empfangen. Wenn es dir irgendwo schlecht geht und du eingesperrt bist oder besser gesagt irgendwo im Nimmersland landest, dann kannst du auch mit deinen Helfenden kommunizieren, nicht nur in eine Richtung. Auch schwerer ist sie als der Vorgänger und trotzdem soll sie noch 14 Tage halten. Huawei hat da richtig alles reingebuttert, was möglich ist. Und ich finde, optisch schaut sie auch richtig stark aus. Und dann kommen wir zum letzten aus dem Hause Huawei. Die haben noch zwei Kopfhörer vorgestellt. Nach den 5i im Frühling, also Anfang des Jahres besser gesagt, wurden jetzt die Freebuds Pro 2 Plus vorgestellt. Und die haben Dinge drin, die ich von einem Intel-Kopfhörer von vor vielen, vielen Jahren her kannte. Ja, sie können auch die Herzfrequenz und die Körpertemperatur messen. Und das finde ich sehr spannend, fand ich nämlich damals schon bei Intel sehr interessant. Die haben ja damals ein Start-up dazu aufgekauft und das bei ihnen integriert. Und dann das Ganze zurückgerufen und mir das Geld wieder zurückgegeben. Ja, das waren noch Zeiten früher. Was haben wir ansonsten noch? High Fidelity Sound in höchster Qualität ist mit dabei. 47 Dezibel beim Active Noise Cancelling. Also somit deutlich 5 Punkte höher als beim Vorgängermodell. Und dann haben sie auch noch die Freebuds 5, so ein Zwischenprodukt vorgestellt. Und die haben ein sehr spezielles Design. Nein, man muss ja heutzutage auch ein bisschen mit dem Design auffallen, weil es gibt so viele Kopfhörer. Die haben ein Tropfendesign. Das schaut irgendwie sehr schmuckhaft aus, was da aus den Ohren rauskommt. Kann man sich anschauen. Links will man in den Shownotes mitrennen. Dann habe ich euch in den Shownotes verlinkt das Acara G4. Das ist ein smarte Videotürklingel. Ein erstes Konfiguration und Fazit zu dem Produkt gibt es im YouTube-Video von mir dazu. Wer mag, gerne mal reinschauen. Ich finde es ein sehr spannendes Produkt, weil es nicht nur im Apple-Universum zu Hause ist, im Google-Universum, sondern auch in Amazon mit ein. Und was haben wir noch, wenn sehr breit aufgestellt ist und dir die Möglichkeit liefert, dass du da eben flexibel sein kannst. Zu guter Letzt haben wir noch den Twitter-Verified-Haken. Ihr kennt ihn vielleicht für früher, denn gewisse Journalisten und auch andere Menschen, die ein bisschen was Berühmteres waren, teilweise bekommen haben über komische Wege. Das hat ja Elon Musk schon länger gesagt, dass er das abstellen wird. Das tut er jetzt auch. Auch anscheinend soll der 1. April der Stichtag sein. Na dann, ich freue mich schon drauf und bin gespannt, was das für eine Dynamik bringt und hoffe natürlich für Twitter, dass sie dann mehr Twitter-Blue-Einnahmen haben, obwohl ich das nicht als der Heilsbringer ansehe. Aber es sei Twitter vergönnt, glaube ich, irgendwie. Und oder auch nicht, wie man dann auch immer mag. Das war's mit den Neuigkeiten. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. In dem Fall, eh, nee, Samstag. Schönes Wochenende. Bald wieder. So rum wollte ich sagen. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.